Als Mensch, der sich auf eine Bühne stellt, muss man damit rechnen, runtergebuht zu werden. Das ist im Internet so und das ist in Exo. Damit habe ich auch kein Problem. Ich verteidige auch nicht mein Gehalt. Ich habe genug Arbeit und wenn ich die nicht mehr habe, dann schneide ich wieder Haare. Darum geht es nicht. Es geht um die Kunst. Wenn die ein oder andere kulturelle Wandlung in diesem Land stattgefunden hat und vielleicht nicht mehr alle zum Glück über Witze über Türken lachen können, dann ist das vielleicht eine Entwicklung, die du dann in dem Fall verpasst hast. Von sachlicher Kritik über einen veritablen Shitstorm bis hin zur Cancel Culture. Werden Künstler und Künstlerinnen in Deutschland tatsächlich von öffentlichen Bühnen verbannt, weil ihre Meinung nicht genehm ist? Müssen wir alle aufpassen, was wir sagen in der Öffentlichkeit, zumindest wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, von dem digitalen Mob gelüncht zu werden? Cancel Culture, das ist der Versuch, unliebsame Meinungen stumm zu schalten. 13 Fragen ist das Gegenteil. Wir versuchen Kompromisse zu finden. Und damit die erste Frage an euch. Was macht ihr mit Menschen in eurem Umfeld, in der Familie vielleicht, deren Meinung euch nicht passt? Ignorieren, überzeugen, hart ausgrenzen? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir sind angekommen in der ersten ganz schnellen Runde. Noch ohne Worte bitte. Ihr habt alle eine Position und die wollen wir jetzt deutlich machen auf diesem Spielfeld, damit auch alle sehen, wo ihr ungefähr steht. Also es ist ein sehr grobes Meinungsbild, was wir jetzt hier aufs Spielfeld bringen wollen. Ich würde euch bitten, wenn ihr die folgende Frage mit Ja beantwortet, dann geht bitte einen Schritt in Richtung grünes Feld. Und wenn ihr sagt, nee, da bin ich eher anderer Meinung, eher nein, dann geht bitte einen Schritt in Richtung gelbes Feld. Soweit klar? Gut. Hier ist die erste Frage für euch. Ist die sogenannte Cancel Culture tatsächlich eine Gefahr für die Meinungsfreiheit? Ja, grün, nein, gelb. Oder sagen wir eher ja, eher nein, kann man ja vielleicht sagen. Bei diesen Fragen ist es ja manchmal nicht ganz eindeutig. Ja, Cancel Culture ist eine Gefahr für die Meinungsfreiheit, weil damit Debattenräume eingeschränkt werden sollen, auf eine sehr perfide Weise. Ich denke nicht, dass Cancel Culture die Meinungsfreiheit verletzt, weil jeder Mensch immer noch, zumindest in Deutschland, die Möglichkeit hat, seine Meinung zu äußern und weil Cancel Culture als Online-Kultur ein wichtiges Gut ist für Minderheiten, die sonst nicht so oft gehört werden. Haben Shitstorms tatsächlich eine so große Macht, dass sie Künstler und Künstlerinnen von Bühnen verschwinden lassen können? Eher ja, würdet ihr weiter Richtung grün gehen? Eher nein, weiter Richtung gelb? Oder ihr bleibt stehen. Das ist auch möglich. Du bist unentschieden, offenbar? Ja, also ja, aber. Mein Aber ist so groß, dass ich noch ein bisschen hier stehen bleibe und darüber nachdenken muss. Ich glaube, es kommt immer wieder dazu, dass Shitstorms eine so große Macht haben, dass es unter anderem auch dadurch führt, dass Leute wirklich von der Bühne verschwinden müssen. Ich glaube aber, dass man einen riesigen Spielraum darin hat, wie man auf Shitstorms reagiert und dass wir dringend eine neue Kultur der Souveränität im Umgang mit solchen Shitstorms brauchen und nicht über jedes Stöckchen springen müssen, was uns hingehalten wird. In Deutschland ist es so, dass Cancel Culture so ein bisschen anders gelebt wird als in den USA. In den USA werden Leute wirklich gecancelt, das heißt, deren Karrieren werden quasi beendet. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei uns sind Cancel Culture-Vorgänge irgendwie immer so ein, ehrlich gesagt, so ein bisschen so ein Karriereboost für die Leute, weil die kriegen eine wahnsinnige Aufmerksamkeit von ihrem jeweiligen Lager, was deshalb nicht so wirklich canceln ist. Also irgendwie, wir wenden diesen Begriff zwar an, aber wir canceln nicht wirklich Leute. Darf Kunst und Satire wirklich alles, also zum Beispiel auch Witze über Minderheiten machen? Eher ja oder eher nein? Eher nein, sagt ihr beiden. Ihr seid aber unsicher. Aurel, warum bist du unsicher? Nee, ich bin nicht unsicher. Also bis zu dem Punkt, wo wir sagen, auch über Minderheiten Witze machen. Wenn man sagen würde, darf Kunst und Satire alles, würde ich sagen, ja, okay, da kann ich stehen bleiben. Aber ab dem Punkt Minderheiten sage ich, nein, das darf sie nicht. Kunst und Satire darf selbstverständlich alles. Und es ist nicht mal die Frage, was darf Kunst und Satire, sondern es muss alles dürfen. Kunst muss alles. Es gibt gar keine Grenze. Prinzipiell kann, darf Kunst und Satire alles, aber warum sollte man sich wie ein Arschloch benehmen und nach unten treten? Alles klar, wir werden darüber gleich noch länger diskutieren. Wir gehen jetzt gleich erstmal in die zweite Runde. Die Positionen sind jetzt einigermaßen klar geworden. Ihr steht alle an unterschiedlichen Feldern. Man sieht daran auch, es gibt kein Schwarz und Weiß. Also deswegen gibt es ja auch verschiedene Positionen jetzt gerade auf diesem Feld. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mein Ziel ist es natürlich am Ende, alle in die Mitte zu führen, weil ihr quasi im Feld des Kompromisses in der Mitte zusammenkommt und einen Konsens findet. Ob das klappt, werden wir mal sehen. Alle, die jetzt im gelben Feld stellen, ihr seid jetzt gefragt. Beim Stichwort Cancel Culture reden wir ja vor allem über die Fälle Lisa Ecker zum Beispiel oder Dieter Nuhr. Das haben wir jetzt nun sehr, sehr viel diskutiert. Ich würde gerne mal einsteigen mit einer Umfrage unter normalen Bürger und Bürgerinnen. Allensbach-Umfrage von 2019. Da haben fast 60 Prozent der Deutschen gesagt, eine repräsentative Studie in der Öffentlichkeit, Zitat, kann ich mich nicht frei, sondern nur mit Vorsicht äußern. Angesichts dieser Zahl müssen wir nicht tatsächlich aufpassen, dass die Meinungsvielfalt nicht verloren geht? Also ich sehe es sehr positiv, dass sich Menschen überlegen, was sie sagen, bevor sie den Mund aufmachen. Das ist etwas, was ich auch erst lernen musste. Aber das ist tatsächlich ganz gut. Ich sehe das als Fortschritt. Das heißt, du gehst nicht nach vorne? Auf keinen Fall. Gehst du nach hinten? Ja. Ah ja. Wie geht's bei euch? Ja, ich bleib mal hier. Also dieses, man darf das gar nicht mehr sagen und so weiter. Dafür habe ich überhaupt gar keine Sensibilität oder so. Dahinter steht die Angst, dass man irgendwie zum Beispiel einen Shitstorm abbekommt. Ja, aber ich meine, hey, wenn du Müll erzählst, dann musst du halt damit rechnen. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und Menschen mit Behinderung beleidige oder so, dann habe ich es verdient, dass ich dafür einen Shitstorm bekomme. Der Shitstorm muss mich ja nicht aus der Öffentlichkeit verjagen. Aber der Shitstorm, ja, ich meine, ich habe ihn mir ja eingeheimst. Also, so, Frage an Grün. Jetzt seid ihr gefordert, vor- oder zurücklaufen, das könnt ihr selber entscheiden. Wir haben in Deutschland ja viele Probleme. Eines davon heißt Rassismus. Manche sagen, es ist ein großes Problem, andere sagen, es ist ein richtig großes Problem. Ist es angesichts dessen nicht absolut verständlich, dass man zum Beispiel beim Thema Rassismus überstreng vielleicht sogar hinschaut und genau schaut, welchen Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne geboten wird? Eher ja, nach vorne kommen. Eher nein, stehen bleiben oder zurückgehen. Das ist interessant. Jetzt ist Gunnar nach vorne gegangen, weil du sagst, ja, das stimmt eher. Ja, da muss man vielleicht sogar überstreng hinschauen. Ja, also, da wäre für mich genau die Grenze dessen. Also, wenn es unethische Sachen sind, wenn es Diskriminierung ist aufgrund von Hautfarbe zum Beispiel, dann ist da etwas, wo die Zivilgesellschaft genau hinschauen sollte und auch sogar über bestimmte Gesetze hinweg eben zeigen sollte, das akzeptieren wir nicht. Warum bist du zurückgegangen, Hanna? Ich glaube, das Rassismusproblem, ja, natürlich gibt es ein Rassismusproblem in Deutschland. Ein ganz massives ist vor allem ein institutionelles, es ist ein konkretes, es ist eines, wo man daran arbeiten muss, beispielsweise, wenn es um die ganze Polizeidebatte geht, an der wir jetzt gerade rumkauen. So, ich glaube aber, daraus pauschal irgendetwas über Debatten im öffentlichen Raum abzuleiten, ist erst mal falsch und vage. Weil dahinter die Frage steht, was ist eigentlich rassistisch und wer entscheidet das? Ja, genau, wenn mir jetzt auch gar nicht so viele Beispiele einfallen, wo jetzt irgendwie die Rassisten und Rassistinnen sozusagen auf die Bühnen des öffentlichen Raumes drängen und von dort irgendwie ferngehalten werden müssen. Also es ist für mich irgendwie das erzeugt ein falsches Bild einer Notlage, die es so nicht gibt. Für mich hat Hanna da schon sehr viel von meinen Argumenten gesagt. Erstens ist ja im Grundgesetz festgelegt, dass jeder seine Meinung sagen darf. Und diese Meinung wird ja immer irgendwie jetzt, die wird ja verschwabelt. Also wir leben in einem Land mit Dauerdiskriminitis, also es ist gar nicht festgelegt. Was ist denn eigentlich Rassismus? Was ich einfach ganz, ganz wichtig finde, dass es nach wie vor ein Publikum gibt, das sich entscheiden kann, einzuschalten oder abzuschalten. Und ich glaube, wenn jemand sich rassistischer Vorurteile bedient hat, hat das was mit Bildung zu tun. Und da sollten wir den Hebel ansetzen, aber nicht veranfangen mit einer Verbotspolitik. Na gut, wir haben jetzt, ich gehe auf eine Sache ein, wir haben ja jetzt noch nicht über Verbotsdebatten gesprochen. Wir reden in der ganzen Debatte eigentlich gar nicht über Verbote bisher. Und ich finde, wenn irgendjemand entscheiden kann, was zum Beispiel Rassismus ist, was Antisemitismus ist, dann sind es doch die Betroffenen davon und nicht irgendwelche Typen, die aussehen wie ich. Das sehe ich völlig anders, denn ich als bisexueller Mann kann ja auch, habe eine ganz andere Meinung zur homosexuellen Feindlichkeit und Feindlichkeit gegenüber bisexuellen Männern. Ich habe kein Problem mit dem Wort Schwuchtel, kein Problem mit Witzen, die über mich gemacht werden. Ganz im Gegenteil. Ich trage meine Eigenart nicht vor mich her, sondern geht rüber. Ich bin auch ein bisexueller Mann und ich finde es scheiße. Na gut, da gibt es offenbar einen Dissens, wie man auch an euren Positionen übrigens sehr gut deutlich sehen kann. Wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer in die Diskussion rein, auch mit persönlichen Erlebnissen. Ihr habt alle die ein oder andere Erfahrung mit Shitstorms und Gegenwind und so weiter bekommen und verschiedene Schlüsse daraus gezogen. Darüber sprechen wir gleich. Ich frage natürlich auch an euch. Wie geht es euch? Habt ihr schon mal jemanden quasi gecancelt oder verstoßen, weil er eine euch unliebsame Meinung hatte? Wie geht ihr damit um? Oder ist es vielleicht euch sogar schon mal gegenteilig passiert? Habt ihr schon mal Probleme in eurem Freundeskreis oder auf der Arbeit oder so bekommen, weil ihr eine Meinung geäußert habt, die anderen Leuten nicht gepasst haben? Und wir reden jetzt erst mal über grundgesetzkonforme Meinungen, um das ganz deutlich zu sagen. Wir gehen jetzt in die dritte Runde. Da gibt es ein paar persönliche Erlebnisse und da wird vielleicht auch noch ein bisschen heftiger diskutiert. Gunnar, wir fangen mal mit dir an. Wir wollen ja über das Thema Meinungsfreiheit und die Grenzen der Meinungsfreiheit sprechen. Du hast im September, war es glaube ich vergangenen September, einen Appell für freie Debattenräume, so habt ihr das genannt, gestartet, um, Zitat, das Denken aus dem Würgegriff zu befreien. Generell habt ihr gesagt, sei die Meinungsfreiheit bedroht. Wer bedroht sie? Die öffentliche Meinung. Man würde vielleicht sagen, eine Mehrheitsdiktatur ist dann gegeben, wenn gar nicht mehr das Gefühl da ist, ich kann jetzt wirklich frei denken auch und es auch relativ frei äußern, sondern ich muss eben diese Angst haben. Und das ist leider eben das Schwierige, weil das ist nicht so klar ist, wer sie bedroht. Das können ja unterschiedliche Gruppen sein. Aber du hast das Wort Mehrheitsdiktatur in den Mund genommen. Ist das nicht ein bisschen dicke? Diktatur? Ja, das ist ein Begriff von Alexis de Tocqueville, der das schon im 19. Jahrhundert befürchtet hat, als Paradoxon der Demokratie. Der gesagt hat, wir haben das jetzt zwar und wir versuchen eine offene Gesellschaft zu haben, aber was passiert, wenn die Mehrheit einen so großen Druck auf Einzelne ausübt, dass es nicht mehr möglich ist, eine kulturelle Selbstverständlichkeit zu hinterfragen. Und das, was kulturell selbstverständlich ist, ist nicht immer das, was das Beste ist. Und ein Fortschritt ist dann gar nicht mehr möglich. Und Diktatur ist ein hartes Wort, gebe ich zu, aber es macht das Ganze deutlich, wo das hingeht. Du wählst dich in einer solchen? Ich will nur deine Position klarkriegen. Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist eine gefährliche Tendenz, gerade was auch Digitalisierung und soziale Medien angeht, wenn wir immer weiter einschneiden und beschneiden diese Meinungsfreiheit und dann ist es eine irgendwann. Welche konkreten negativen Konsequenzen hat diese Meinungsdiktatur, das ist ein Schlagwort, ich benutze es, auf dich? Also was konkret schränkt dich darin ein, einfach zu sagen, was du denkst, auch wenn es beispielsweise diskriminierend ist? Ja, auf mich persönlich eigentlich weiß ich nicht. Ich kann mich relativ frei bewegen, aber es geht ja auch um diejenigen, die das nicht können, beziehungsweise diejenigen, die eben das befürchten müssen, dass sie ihren Job verlieren oder dass sie nicht mehr irgendwo eingeladen werden, dass sie, und zwar wegen einer, wie du sagst, grundgesetzkonformen Meinung, die man nicht mögen muss und die man auch verachten kann, aber dass diese zivilisierte Debatte nicht mehr stattfinden kann, über solche Meinungen halte ich nicht für notwendig. Ich frage mich, ob diese Gefahr wirklich gegeben ist, weil ich habe das Gefühl, wir haben in Deutschland schon eine relative Vielfalt an verschiedenen Medien. Hanna, du bist ja bei einem sehr konservativen Medium, in letzter Zeit, vor allem der Chefredakteur. Auf der anderen Seite gibt es dann, ja, selbst meine Plattform, die ein bisschen linker ausgerichtet ist und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass diese Medien sich da schon alle ihre Berechtigung haben und sich da sehr, sehr gut in Deutschland die Hand geben. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da einen sehr, sehr guten Austausch gibt. Und klar, das fühlt sich dann öfter mal so an, als jetzt sind die Konservativen besonders stark, jetzt sind die Linken besonders stark, jetzt ist die Mitte irgendwie besonders stark. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir ein ganz, ganz gesundes Gleichgewicht haben, das mal und mal in eine andere Richtung ausschlägt. Ich würde schon sehen, wenn man in die Vergangenheit guckt, dass da die Buttonräume größer waren, dass auch die Seiten vielleicht etwas gleichmäßiger verteilt waren. Ich sehe schon heute, und wenn du zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmst und was dort eben gesendet wird, eine zu starke Einseite. Ja, oder einfach mit tollen Ausnahmen. So wie hier? Aber es ist interessant, Hanna ist gerade nach vorne gelaufen. Das ist doch interessant, weil du wurdest offenbar überzeugt von dem, was Aurel gesagt hat, dass es eigentlich eine Meinungsvielfalt gibt, richtig? Genau, also es hat mich deswegen überzeugt oder auf jeden Fall an etwas sozusagen angeschlossen, was ich auch denke, nämlich, dass diese ganze Polarisierungsdiskussion ein Stück weit eine absolute Blasendiskussion ist. Und deswegen finde ich es auch immer gefährlich, diese ganze Rede vom Meinungskorridor, vom Gesinnungskorridor oder auch vom Würgegriff. Also ich habe ja Gunnar zum Beispiel so halb gecancelt sozusagen. Nein, aber ich habe diesen Appell eben nicht unterschrieben, weil ich da zum Beispiel eben die Rede vom Würgegriff auch übertrieben fand. Du hast aber auch gesagt in einem Interview, ich glaube schon, dass ich manchmal Sachen nicht so deutlich sage, wie ich sie sagen könnte, weil da auch eine Angst ist. Ja. Inwiefern? Es hat bestimmt auch einfach etwas mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich will immer, dass alle mich mögen und polarisiere deswegen vielleicht nicht so gerne. Aber es ist so klar, dass wenn man bestimmte Sachen raushaut auf Social Media, vor allem natürlich auf Twitter, was für diese Dinge die absolute Höllenplattform ist, dann kommt der Shitstorm. Und da habe ich nicht immer Lust drauf. Und es ist halt eben auch so, dass häufig Sachen einfach völlig unterkomplex gelesen werden. Und dann lesen die Leute halt die Überschrift und rasten aus. Kannst du das nachvollziehen, Aurel? Du hast ja auch schon ein paar Shitstorms hinter dir. Ja. Das ist ja, ich meine, das ist ja das, was sie beschreibt. Das kann einem ja durchaus Angst machen. Selbst wenn man halb in der Öffentlichkeit steht, wie Hanna zum Beispiel. Ja, das Spannende ist immer, dass man merkt, wenn man neuen Content veröffentlicht, dass es erst mal, erst kommt der Zuspruch, weil es erst mal in der Bubble bleibt. Und oftmals, wenn etwas aus der Bubble rauskommt, dann kann die Situation komplett eskalieren und es kann auf einen erschlagend wirken. Was du wahrscheinlich meinst, dass wenn dann so ein Artikel aus deiner Bubble rauskommt und plötzlich hast du so einen Gegenwind. Und ich habe aber das Gefühl, dass wenn dieser Gegenwind groß genug wird, dann solidarisieren sich wieder genug Leute mit dir, dass es wieder so ein bisschen ausgeglichen wird. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass man ein verdammt dickes Fell braucht, um sich öffentlich äußern zu können. Ja, deshalb geht man ja in die Öffentlichkeit. Das ist die Frage. Wäre es nicht wünschenswert, dass man auch noch darüber hinaus Menschen und Meinungen akzeptiert, die eben nicht ganz so ein dickes Fell haben? Ja, definitiv. Natürlich. Man kann auch nicht von jeder Person erwarten, dass sie aus genau diesen Gründen in der Öffentlichkeit ist. Sondern man muss natürlich schon, ich meine, gut, diese Debattenräume sind dann in dem Moment, ich meine, wir haben hier so einen Debattenraum gerade, wo wir versuchen, solche Sachen auszudiskutieren und wo man Leute auch versuchen muss, unter einem geschützten Umfeld deren Meinung mal rauszulassen. Warte, bis der YouTube-Shitstorm kommt. Also die finden ja nicht statt. Das ist ja auch mit dem Grund, warum ich jetzt gerade so einen halben Schritt nach vorne gegangen bin. Was ich aber total negativ finde, deshalb habe ich nur halb nach vorne gegangen, sind die Medien. In den Medien finden einfach ganz bestimmte Dinge, so in diesem Format ja, aber sonst nicht statt. Also das kann ich aus Erfahrung sagen. Vorsicht mit pauschaler Medienkritik, da muss man immer ein bisschen abwägen. Naja, wenn ich eingeladen werde in eine Sendung und ich muss da einen Text hinschicken und ich werde dann eben nicht mehr eingeladen, weil dieser Text einfach nicht stattfinden darf, weil er sich mit Muslimen beschäftigt oder mit heißen Themen beschäftigt, dann ist das eben keine Meinungspielung. Dann gehen wir doch mal da rein. Du hast ja das am eigenen Leib erfahren, du fühlst dich selbst als Cancel-Culture-Opfer. Jetzt muss man dazu sagen, du hast über Jahrzehnte hinweg in einem Theater in Hamburg gespielt, immer wieder. Ich habe immer in allen, ja. Ja, aber in diesem Theater auch regelmäßig und dieses Engagement wird jetzt nicht verlängert. Du sagst wahrscheinlich, weil muslimische Mitarbeiterinnen sich über deine Türkenwitze aufgeregt haben und sich beleidigt gefühlt haben. Der Intendant dementiert das, muss man auch dazu sagen. Der sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht, das war nicht so. Ich bin ja nicht verpflichtet, immer einen Künstler weiter zu verpflichten. So oder so, du fühlst dich als Opfer. Der Cancel-Culture. In dem Moment, ich bekam ja gar nicht die Chance, mich mit einem Kellner zu unterhalten und ich habe in diesem Theater, wie gesagt, seit 30 Jahren gearbeitet und mit allen muslimischen Kellnern Spaß gehabt, weil die wussten, was ich tue und mich kennen fernab der Bühne und wussten, das ist eine Bühnenfigur. In diesem Fall war es aber halt so, dass diese Kellner mich halt nicht kannten und die haben, was weiß ich, einen Kulturschock gehabt oder. Und das Gespräch wurde verweigert und ihm wurde halt vorher auch nicht gesagt, heute kommt K-Ray, da geht es mal ein bisschen anders zu, sondern es wurde in vorauseilendem Gehorsam, wurde gecancelt. Kann es auch sein, dass der Intendant dich einfach nicht mehr so lustig findet und deswegen das Engagement nicht verlinkt? Das kann natürlich sein, aber das wäre ja dann eigenartig, wenn das drei Intendanten in einem Jahr sind. Also das hat in anderen Theatern auch stattgefunden, weil in einem anderen Theater ging es darum, dass ich Witze gemacht habe über Migration. Das ist auch ein heißes Thema, über das man keine Witze macht und in diesem Land übrigens nur hinter vorgehaltener Hand spricht. Und das dritte Thema ist, die Stadt Monheim hat mich wieder ausgeladen wegen Verharmlosung rechter Gefahr, weil ich mich satirisch über den Slogan Wir sind mehr ausgelassen habe. Also drei Beispiele innerhalb eines Jahres. Ich freue mich, dass du seit 30 Jahren Kunst machst auf einer Bühne, das ist toll, das ist wirklich so das Rückgrat der Kleinkunst und darüber hinaus Landschaft dieses Landes. Aber wenn seit 30 Jahren vielleicht die ein oder andere kulturelle Wandlung in diesem Land stattgefunden hat und vielleicht nicht mehr alle zum Glück über Witze über Türken lachen können, dann ist das vielleicht eine Entwicklung, die du dann in dem Fall verpasst hast. Aber es geht ja nicht nur um Witze über Türken, es ist einfach das rechte Lager, in das alles reingesteckt wird, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und das wird gekänzelt. Als Mensch, der sich auf eine Bühne stellt, muss man damit rechnen, runtergebuht zu werden. Das ist im Internet so und das ist in Ex so. Damit habe ich auch kein Problem. Ich verteidige auch nicht mein Gehalt. Ich habe genug Arbeit und wenn ich die nicht mehr habe, dann schneide ich wieder Haare. Darum geht es nicht. Es geht um die Kunst. Aber was ist denn der künstlerische Wert von dem diskriminierten Jog? Es geht darum, dass dem Publikum nicht mehr gestattet wird, das zu hören, was sie hören wollen. Die Frage ist doch, ob das Publikum ihn nicht mehr sehen will. Die Leute wollen es hören, natürlich wollen sie es hören. Aber wenn das Publikum ihn nicht mehr sehen möchte, dann wird es eine neue Bühne geben für dich. Natürlich wird es eine neue Bühne geben. Du hast ja auch noch verschiedene Auftritte, aber du hast gesagt in einem Interview, die Treiber dieser Cancel Culture seien vor allem, ich zitiere, vor allem junge Künstlerkollegen. Meinst du zum Beispiel diese? Ja, ich bin der Meinung und das gestehe ich denen auch zu. Ich bin tatsächlich der Meinung, das finde ich auch spannend an dieser Diskussion und war auch mit ein Grund für mich hierher zu kommen. Ich bin der Meinung, da gebe ich dir recht, dass ich vielleicht ein verknöchertes altes Entertainment-Ungetüm bin und dass die neue Generation ganz bestimmt die Welt ändern kann und alles so machen können, wie sie wollen. Aber mich deshalb, also die Kunst für die, für mein Publikum zu beschneiden und die Welt rückwirkend zu ändern, ist einfach nicht richtig. In irgendeiner Form muss man ja, wenn sich die Zeiten verändern, eine gewisse Sensibilität gegenüber den Zeiten mitbringen. Und das ist nun mal so, wir haben zum Beispiel in Deutschland, wir haben über Jahre besonderen Humor auf Kosten von Minderheiten gemacht. Und jede Bewegung braucht eine Gegenbewegung und diese Gegenbewegung gibt es jetzt. Und ich denke, wenn wir in dieser ganzen Rassismus-Debatte, auch in den Medien, auch in der Comedy und so weiter, einen Schritt nach vorne machen müssen, müssen auch Künstler wie du anfangen, sich ein bisschen zu verändern und zu sagen, hey, ja, ich habe Witz über Minderheiten gemacht und jetzt entwickle ich mich als Künstler neu und verändere mich mit der Zeit. Ich verstehe den Ansatz genau, aber dann hätte ich, ich bin ein Künstler, der seit 30 Jahren quasi auf der Bühne steht und diese Debatten habe ich also wegen tausender von Dingen gehabt. Ich habe mich ganz nackt ausgezogen und lustige Tierchen mit meinem Geschlechtsteil gemacht. Das fanden ganz furchtbar viele Leute ganz widerlich. Und das Problem ist, ich hätte das dann auch lassen können, weil die Prüden gesagt haben, ich soll Rücksicht nehmen auf Minderheiten, die das nicht mögen. Ich mache Witze über Behinderte, von denen es ganz furchtbar viele Behinderte gibt, die das super finden und schadenweise in meine Shows rollen. Das heißt, ich bin verantwortlich für mein Publikum, aber nicht für Deutschland. Ich würde ganz kurz die Kulturredakteure mit ins Boot holen. Du beobachtest das ja auch, sagen wir mal, aus professioneller Sicht. Erleben wir also gerade eine Form in diesem Fall von Canceln oder ist das eine Neuausrichtung von Humor? Wie würdest du das bewerten? Also ich finde es ganz schwierig, wenn man so tut, als würden die Jungen das Alte wollen und die Alten das Andere. Weil ich finde, das macht so eine total vereinfachte Vorstellung davon auf. Okay, auf der einen Seite ist irgendwie die doofe alte Satire, die die ganze Zeit da so geil fand, irgendwie rumgestanden hat und Witze über Behinderte gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist halt die PC-Avantgarde, die jetzt alles verändert. Also ich würde immer die Fahnen dafür hochhalten, zu sagen, dass auch natürlich die Jungen eine extrem heterogene Gruppe sind, von denen das nur momentan so ist, dass eine bestimmte Art zu sprechen, eine bestimmte Art politisch zu agitieren, eine bestimmte Art vielleicht teilweise auch Kunst oder Medien zu machen durch soziale Medien sehr laut ist. Und das finde ich jetzt erstmal weder schlecht noch gut. Das ist ein Phänomen und dadurch wird mit Sicherheit was verschoben und vorangetrieben. So, es gibt aber auch noch ganz, ganz, ganz viel anderes und ich würde auch immer sagen, und das ist in dieser Verkürzung dann vielleicht jetzt auch schon wieder Shitstorm würde ich, aber Witze über Minderheiten können natürlich subversiv sein. Sie können natürlich das zur Kenntlichkeit entstellen, was in den Menschen vorgeht. Ich habe manchmal das Gefühl bei diesen Künstlern, die für eine Sache kritisiert werden, entweder verstecken die sich so in einer Kunstfigur, dass ich nicht mehr keine echte Haltung mehr erkennen kann, sondern sie reproduzieren nur Sachen, also entweder antisemitische Klischees oder rassistische Klischees, sie reproduzieren die nur und ich kann nicht sagen, wer ist diese Person, sondern ich sehe nur blank dieses Ding und klar, ich kann alles interpretieren. Ich kann sagen, ja, da zeigt sie uns jetzt den Spiegel der Gesellschaft vor oder ich kann sagen, ja gut, das ist eigentlich eine üble Hetzrede. Aber warum kann man denn da nicht die Unschuldsvermutung gelten? Ne, genau, pass auf, ich lasse sie ja, ich lasse sie ja, ich bin ja, ich sage ja auch nicht, dass diese Leute sollen verschwinden oder sonst was, sondern es ist dann eher so eine, es ist dann eher eine Art und Weise, wie ich die Gag-Technik oder die Satire dahinter bewerte, weil ich denke mir so, okay, bau doch den doppelten Boden ein, mach's doch und mach ihn nicht nur, dass ich ihn irgendwie in so einer fünften Metaebene an deinem Augenzwinkern irgendwo rausinterpretieren muss. Also es fällt mir manchmal bei manchen Künstlern tatsächlich schwer zu sagen, was ist das? Ist es jetzt nur Rassismus oder ist es Satire? Gerade bei dem Humor, denke ich, der wäre doch der Ort, wo wir gemeinsam so über solche Sachen lachen können. Und da ist man doch oft mit so einem Augenzwinkern, man kann über sich selbst lachen. Und man kann aber auch mal Grenzen eben austesten und das ist der Ort, wo wir diese Debatte führen. Aber welche, also deine negativen Auswirkungen verstehe ich, aber weder zum Beispiel Dieter Nuhr, Lisa Eckhardt, die großen Korrifäen, über die wir die ganze Zeit reden müssen, weil wir nichts anderes zu tun haben, die werden nicht gecancelt, die haben keine negativen Auswirkungen davon. Und Dieter Nuhr ist, ich glaube, es gibt Wochentage, an denen seppt man durchs Fernsehen und sieht nur noch sein Gesicht. Diese Menschen haben keine negativen Auswirkungen. Das sind aber negative Auswirkungen. Wenn du so einen Shitstorm aushalten musst, dann suchst du dir ganz bestimmt nicht aus. Bro, ich muss auch hier ein Stück zurückgehen, weil ich... Darüber reden wir nämlich gleich, über die negativen Auswirkungen. Erstmal die kurze Frage an euch, wie seht ihr das? Wo sind die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit? Gibt es sie überhaupt? Und wenn ja, wo liegt sie für euch? An einem Witz, der euch beleidigt oder an Witzen insgesamt, die beleidigen oder gibt es überhaupt gar keine Grenzen? Schreibt es gerne wieder in die Kommentare. Ja, dann reden wir doch mal drüber, über negative Folgen Giesem, von möglichem Canceln. Dir ist das passiert? Du hattest in deinem Podcast eine Person, der vorgeworfen wird, dass sie gewalttätig gegenüber Frauen ist. Vorgeworfen, ich glaube, nicht verurteilt. Und daraufhin hast du einen Shitstorm erlebt. Was ist passiert? Genau, wie du gesagt hast, wir hatten eine Person zu Gast. Gegen die standen Vorwürfe im Raum und es wurde dann, das war auch unsere allererste Podcast-Folge, muss ich dazu nochmal sagen. Und dann gab es so einen Post, der auf Instagram viral ging, der auch uns namentlich genannt hat und unseren Podcast RealitäterInnen auch namentlich genannt hat. Es war so, dass wir, dass sehr vage sozusagen Vorwürfe auf Instagram rumgingen. Und daraufhin wurden wir dazu angehalten, diese Folge zu löschen, was sich aber nicht so leicht gestaltet hat, weil wir im Auftrag produzieren einfach und der Podcast ist nicht unser Podcast. Und dann haben wir es tatsächlich auch hingekriegt, dass innerhalb von einer Woche diese Person, gegen die die Vorwürfe im Raum standen, von der Folge entfernt wurde. Wir haben einen Disclaimer vor die Folge gepackt und die Person, um die es ging, wurde halt rausgeschnitten. Eigentlich die Forderungen wurden erfüllt sozusagen. Und du hast dich kontaktschuldig gemacht? Ja genau, ich habe mich kontaktschuldig gemacht, weil ich war ja nicht die Person, die Gewalt ausgeübt hat sozusagen, sondern ich wurde mit einer Person assoziiert und habe ihr in dem Podcast eine Plattform gegeben, ohne es zu dem Zeitpunkt zu wissen. Der das aber auch nur vorgeworfen wurde, oder war das jetzt festgestellt? Ne, genau, das wurde der vorgeworfen. Also es gab jetzt keine gerichtlichen Beschlüsse, es gab auch keine Detaillierung dessen, was vorgefallen ist oder so. Es hieß halt einfach auch aus der Survivor-Perspektive, also eine Person, die halt Missbrauch erfahren hat oder Gewalt erfahren hat, sozusagen diese Forderung, ihr dürft einer Person, der das überhaupt vorgeworfen wird, keine Plattform geben. Aber dann müsstest du doch eigentlich Kate zustimmen, der sagt, ja, sowas darf nicht sein, dass du jetzt auch noch dafür angegriffen wirst, weil du dich mit jemandem unterhältst, der mutmaßlich gewalttätig war. Aber wir als feministisches, also DJ-Duo und auch feministische Podcasterinnen müssen natürlich auch zuhören und müssen natürlich auch irgendwie ernst nehmen, dass diese Vorwürfe im Raum stehen und wir müssen uns ja auch überlegen, wofür stehen wir und wofür nicht. Und bei so Gewalt oder Missbrauch ziehe ich da auf jeden Fall schon nochmal eine Grenze für mich. Ich habe auch selber schon mal gecancelt, ich habe auch schon mal selber eine ganze Cancel-Kampagne geleitet, nämlich gegen R. Kelly damals, das war 2019, mit deiner Co-Moderatorin Salva übrigens. R. Kelly Stummschalten hieß die Kampagne, wurde sogar prämiert aufgrund ihres großen Engagements. Was ist der Unterschied zwischen dem einen Cancel und dem anderen Cancel aus deiner Sicht? Der Unterschied ist, R. Kelly ist eine Person, der selbst vorgeworfen wird, sozusagen gewaltvoll gewesen zu sein. Ich hingegen war jetzt nicht gewaltvoll, aber wurde trotzdem auch gecancelt zu einem gewissen Grad. R. Kelly ist mittlerweile im Gefängnis für die Sachen, die ihm vorgeworfen wurden. In unserem Fall hat es sich einfach leider nie geklärt oder ist noch eine Klärung im Gange, keine Ahnung. Und ich denke halt so, R. Kellys ganze Kunst beruht darauf, Liebeslieder zu machen und zu performen. Wenn man weiß einfach, dass dahinter Pädophilie steckt und auch irgendwie so ein Sexkult steckt, wo irgendwie Frauen missbraucht werden, dann kann ich halt diese Kunst nicht mehr supporten. Und dann möchte ich auch aktiv dafür eintreten, dass dieser Mensch keine Bühne bekommt. Einfach auch aus Solidarität mit Menschen, denen das widerfahren ist und wo es keine Konsequenzen gab. Der Vollständigkeit habe, sage ich trotzdem nochmal, die Vorwürfe gegen R. Kelly sind höchstwahrscheinlich wahr. Es gibt wahnsinnig viele Indizien, wahnsinnig viele Zeuginnen. Videos. Es gibt Videos. Es gibt Videos, aber zum Zeitpunkt der Kampagne zumindest gab es noch keine Verurteilung. Der Mann war noch nicht im Gefängnis. Aber es gab eine Doku. Es gab die Doku dazu. Es gab aber noch keine Verurteilung. Das muss man der Vollständigkeit habe vielleicht auch nochmal sagen. Interessant ist ja der Punkt Kontaktschuld, dass du, weil du dich mit jemandem abgegeben hast, der mutmaßlich straffällig geworden ist, deswegen gecancelt wurdest. Und das ist ja, also das ist ja, nehme ich an, fandest du am problematischsten für dich selbst auch, weil du hast ja dadurch berufliche Hindernisse gehabt. Also nicht nur beruflich unbedingt, würde ich sagen. Ich glaube, das Schlimmste für mich war, also natürlich, wir haben auch zum Beispiel finanzielle Einbußen gehabt dadurch. Also wir hatten Angebote, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dann erstmal sich zurückgezogen haben, weil es hieß, oh, ihr seid geradezu problematisch. Und das finde ich natürlich bedenklich, aber das finde ich nicht so schlimm wie als Person, die selbst einer Minderheit angehört, den Rückhalt seiner eigenen Community zu verlieren. Das war für mich eigentlich so die schlimmste Erfahrung in dem Ganzen. Und ich finde halt auch, ich bin nicht ein Mensch, der das nicht einsehen kann oder so, wenn er Fehler macht. Und ich finde, man kann mit mir eigentlich immer ganz gut reden. Und da fand ich auf jeden Fall sehr schade, dass gerade die Menschen, also so wie ich zum Beispiel, die sich Mühe geben, auch Dinge anders zu machen, auch Dinge besser zu machen, dann mit denen besonders hart ins Gericht gegangen wird. Und dann eben, ja, also ich fühle mich auf jeden Fall sehr so, als würde es keinen Unterschied mehr machen eigentlich, ob ich was dazu lerne und ob ich diesen Fehler sozusagen bereue und ob ich irgendwie in Zukunft anders handeln würde oder nicht. Weil irgendwie ist man so irreversibel raus bei ganz vielen Menschen. Ich würde gerne nochmal bei dem Punkt Kontaktschuld bleiben, weil das ein spannendes Ding ist, dass wenn man selber, also nachweislich unschuldig agiert im öffentlichen Raum und trotzdem, weil man sich mit den falschen Personen abgegeben hat, vielleicht, ja, Repressalien befürchten muss. Wie geht's dir, Gunnar? Ich meine, du sitzt zum Beispiel mit so Personen wie Ken Jebsen in Talkshows auf YouTube. Ken Jebsen ist in der öffentlichen Debatte gerade eine Persona non grata, hat sich zu einer solchen gemacht. Wirst du dafür angefeindet oder gefeiert? Weder noch, weil ich eigentlich ja sozusagen mit ihm debattiere sozusagen. Also da kann man jetzt so stehen, wie man will, aber das gehe ich auch bewusst ein. Du hast jetzt gesagt, zu Recht... Er ist ein Holocaust-Leugner. Ja, aber du sagst das ja relativ schnell offensichtlich bei der... Ja, weil ich finde, Holocaust-Leugnung ist auch nicht mehr innerhalb des damaliges Gesetzes. Das hat aber trotzdem, kann man doch versuchen, den zu verstehen. Man kann doch, wenn man den Dialog... Ja, ja, das ist eure Ansicht. Dialog verweigert, schrinkt einen, aber nicht verweigert, den Holocaust-Leugner muss man nicht verstehen. Nein, das ist nicht die Diskussion, sondern man muss ja erstmal mit jemandem sprechen, oder zumindest über diesen Fall sprechen, ob es wirklich stimmt. Und dann muss man ihm ja schon auch erstmal einräumen, wie wir eben gesagt haben. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, du bist ein Holocaust-Leugner, du bist ein dies und das, jetzt irgendwas einfügen, da muss man sich ja auch, ich schätze, er sieht es selber nicht so. Und dann müsste man ja auch sagen, bevor ich dann sage, zu Recht, dann sage ich, okay, wie siehst du das? So, und wenn er dann sagt, ja, ja, doch, ich loggen den Holocaust, dann ja. Aber ich sehe das noch nicht, dass dieses Gespräch... Vielleicht nehmen wir mal, um das Beispiel klarer zu machen, ein weniger polarisierendes Beispiel, also um das ganz klar zu sagen, Holocaust-Leugner darf man ausgrenzen, die sind nicht grundgesetzkonform, bitte weiter ausgrenzen, wenn es denn so ist. Ich stelle mal dir eine Frage. Florian Schröder, kennen wir alle Kabarettist, steht oft auch im Fernsehen, ist in der Links-Bubble, wenn wir sie so nennen wollen, relativ oft relativ gut gefeiert, unter anderem auch, weil er jetzt bei der Querdenker-Demo in Stuttgart aufgetreten ist, das fanden viele gut. Der tritt aber auch zusammen mit Dieter Nuhr und Lisa Eckert zum Beispiel im Fernsehen auf. Und dafür wurde er zum Beispiel auf Twitter heftig angefeindet. Zu Recht. Also, Thema Kontaktschuld. Als Künstler, man darf das ja nie vergessen, es ist immer noch Kunst, die gemacht wird. Und du hast ja als Künstler oder als öffentliche Person, es ist ja deine Entscheidung, wie du dich positionierst. Und wenn er das für richtig hält, mit diesen Leuten aufzutreten, dann ist es sein gutes Recht und dafür würde ich ihm nie Kontaktschuld oder so ankreiden. Auch weil ich Dieter Nuhr und Lisa Eckert keine Schuld ankreide, sondern ich finde ihre Positionierung fragwürdig. Aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, ihr müsst verschwinden. Solange sich das in diesem Rahmen bewegt, offensichtlich, wenn es eine Nachfrage danach gibt, Leute, hört es euch an, dann gibt es halt auch eine Gegenbewegung, die bin möglicherweise manchmal dann auch gerne ich selber. Und dann trifft man sich in der Mitte. Aber das ist genau das Spannungsverhältnis, das wir haben und das dafür sorgt, dass überhaupt Kunst entstehen kann. Und deshalb bin ich auch nicht dafür, dass man die rechte Seite einfach übelst wegcancelt. Ja, ich würde auch da ansetzen und sagen, das Ding ist halt, und das habe ich ja zum Beispiel auch erlebt jetzt in meiner Story so, dass Gewalt in Communities oder auch Gewalt von Männern gegen Frauen, die wird sich ja nicht auflösen, indem man Leute rauscancelt oder indem man Leuten einfach die Plattform nimmt oder dafür sorgt, dass sie nie wieder arbeiten können, sage ich mal. Das löst sich dadurch nicht. Und auch Scham kann nicht, also jemanden bloßzustellen, jemanden öffentlich zu schämen, glaube ich, ist nicht so effektiv, wie irgendwie zu schauen, dass man diese Person versucht mitzunehmen und irgendwie ein bisschen, also so einfach Diskussionen sind der erste Weg. Jeder Mensch hat so ein Umfeld und ich finde es wichtig, dass dann im Umfeld solche Auseinandersetzungen auch stattfinden, dass man dann nicht überall rausfliegt, sage ich mal. Ich würde gerne in eine vierte Runde gehen. Es ist der Versuch einer, sagen wir mal, Konsensrunde und vielleicht auch, ja, vielleicht Analysen und ich bin gespannt, ob ihr sie teilt oder nicht. Das ist ja die Frage, ob wir hier zumindest auf einer Meta-Ebene einen Konsens vielleicht in Teilen erreichen können. Also, ein Aspekt, der vielleicht gar nicht so sehr in dieser Debatte vorkam, ist der folgender. Manche Player in öffentlichen Debatten, die haben gar kein Interesse an Konsens, sondern an Diskurshoheit. Also, denen geht es weniger um Einsicht, sondern um Überlegenheit. Stimmt ihr zu? Manche Player hast du gesagt. Manche Player. Ja. Würdet ihr sagen, ja, weil das ist so ein Aspekt, der in dieser Diskussion jetzt noch nicht so vorkam, denn wir reden alle darüber, wie kann man besser miteinander reden und sowas, aber manche Leute tun ja nur so, als wollen sie miteinander reden und eigentlich suchen sie nur eine Überlegenheit. Also, AfD, wahrscheinlich, damit käme die nächste Analyse, wahrscheinlich ist gar nicht so sehr fehlende Meinungsvielfalt das Problem, sondern eine kaputte Debattenkultur. Aber die Debattenkultur hat eigentlich nur richtig gut funktioniert, wenn sie in den Tageszeitungen ausgetragen worden ist, oder? Also, ich glaube, wenn viele Menschen teilnehmen können und jeder kann an der Debatte teilnehmen, immer, sogar manchmal mit zehn Accounts gleichzeitig, ich glaube, dann kann nichts Gutes bei rauskommen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein zu großer Standard, der da ans Internet gesetzt wird. Das Internet ist ein toller Haufen, der mir alles Gute in den letzten drei Jahren beschert hat, aber es ist halt auch einfach zu solchen ernsthaften Debatten nicht wirklich... Es fehlt der Bauch in den Tageszeitungen. Gut, aber ich habe jetzt auch nicht das Internet gesagt. Eigentlich hätten wir doch die beste Debattenkultur aller Zeiten, weil zum ersten Mal alle wirklich teilnehmen können. Das Argument ist, dass die Debattenkultur nicht kaputt ist, sondern sie ist nur so vielfältig, wie sie noch nie war. Und gerade in einem Land mit Meinungsfreiheit, wie wir es Gott sei Dank sind, ist es doch super, dass alle in dieser Debattenkultur teilnehmen. Gut, dann konkretisiere ich noch ein bisschen. Also, wenn wir konstruktive Debatten führen wollen, egal ob jetzt im analogen oder digitalen Leben, müssen wir uns auf Mindestmaß an Sachlichkeit einigen. Ein Mindestmaß an Respekt und Anstand zumindest. Also, der Wunsch wäre, mal gucken, ob ihr zustimmt, alle Menschen müssen alles sagen dürfen, ohne Angst zu haben, dass sie digital gelüncht werden. Oder analog gelüncht werden, noch schlimmer. Aber ich finde, die sollten alle irgendwie das Zutrauen haben, dass dann nochmal wirklich geprüft wird, ob an den Vorwürfen was dran ist. Das, finde ich, sollten wir uns als Gesellschaft leisten. Ich finde, man muss Shitstorms schon bis zu einem großen gerade auch aushalten müssen. Also, es bringt ja auch nichts, jetzt immer zu sagen, ja, das darf irgendwie nicht sein. Oder man muss es sagen dürfen, ohne das. Also, an wen richtet sich diese Rede, an wen richtet sich dieser Aufruf? So, seid bitte alle lieb. Nee, sind halt nicht alle so. Es gibt nun mal irgendwie auch Neid und Hass und irgendwie einfach zwischenmenschlich nicht so schöne Sachen. Und es wird es auch weiterhin geben. Aber ich finde, wir müssen halt irgendwie Formen dafür finden, wie wir das wieder ziviler hinkriegen. Also, Shitstorm ist auch gut. Also, Shitstorm und Streiten ist ja in Ordnung. Sehr produktiv, genau. Aber tuscheln und canceln eben nicht. Das ist... Eine Sache muss ich noch sagen, weil wir die auch noch nicht angesprochen haben, das Geschäftsmodell vieler digitaler Plattformen basiert ja darauf, dass Leute emotionalisiert werden und möglichst viel Hass und Herzen verteilen, damit die Leute länger draufbleiben. Denn dann kann ich mehr Werbung verkaufen. Das ist ja ein technisches Problem. Bitte? Beispiel? Naja, wenn ich... Die Plattform, meine ich. Ach so. Naja, Facebook mutmaßlich lebt das Geschäftsmodell davon, dass die Leute emotionalisiert werden sollen. Und negative Emotionen halten einen länger dabei. True. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es gab ein ewiges Hin und Her. So oder so, ihr habt euch zumindest in Teilen angenähert. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, das Spielfeld zeigt ungefähr den Lauf der Diskussion. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Denn es gab dann doch viele Überschneidungen, auch wenn ihr auf verschiedenen Seiten vermeintlich steht. Herzlichen Dank dafür. Am Ende sage ich immer, und das meine ich wirklich vollkommen ernst, wir müssen auch, was dieses Thema Cancel Culture anbelangt, alles erwarten, auch das Gute. Vielen Dank euch. Danke. Danke. Aber das hat Spaß gemacht. Ja. Mir auch. Ich habe die Diskussion als sehr produktiv empfunden. Wir sind uns nicht ganz einig geworden. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das Phänomen Cancel Culture einfach so groß ist, dass man es gar nicht so schnell abgrasen kann. Wenn man sich auf so eine abstrakte Weise mit einem Thema auseinandersetzt, vielleicht die andere Seite oft gar nicht sieht. Die haben ja auch ein Bedürfnis und einen Grund, warum sie die Dinge so sehen. Und da etwas genauer einzutauchen und dazuzuhören, hat mich vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen sensibler dafür gemacht. Ich glaube, grundsätzlich, wenn wir Cancel Culture bewerten, dann müssen wir uns manchmal ein bisschen von unserer eigenen Perspektive distanzieren und überlegen, hey, warum reagiert die linke Bubble so? Warum reagiert die rechte Bubble so? Weil ich glaube, um wirklich einen Blick auf Kunst und Satire und so weiter und diese ganzen Sachen, die Cancel Culture hervorrufen können, objektiv bewerten zu können, draußen eine gewisse Distanz. Ja, also das hat mir eigentlich mein Bild auch bestätigt, dass die junge Generation tatsächlich wirklich die Welt besser machen will und dass sie mich da zum Dialog so einlädt oder aufruft, das verstehe ich auch und das gehe ich auch in gewissem Maße mit, aber nicht grenzenlos, weil für mich eben vieles auch zeitgeistgestört ist. Ich glaube, was wir auf jeden Fall zulassen sollten und was ein Ziel sein sollte für den öffentlichen und privaten Diskurs, ist, dass wir es zulassen sollten, dass man sich entschuldigt und Fehler eingesteht und vielleicht sich sogar verbessert. Ich glaube, davon profitieren wir alle und niemand, egal auf welcher Seite der Diskussionsrunde er oder sie heute stand, ist perfekt oder ein Bildnis moralischer Überlegenheit. Ich finde es wichtig, dass wir einander kritisieren, nicht um einander zu zerstören oder um uns über eine Person zu stellen, sondern aus Solidarität und Wohlwollend und auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass diese Person diese Kritik auch aufnehmen und reflektieren und ihr Verhalten verbessern kann. Was mir heute besonders gut gefallen hat, ist, dass das Format so herrlich aufgegangen ist. Also jeder und jede hatte seine eigene feste Position, aber dann hat man eben doch oft gesehen, dass die eine oder andere Person so ein kleines Schrittchen, manchmal auch einen großen Schritt, aber manchmal nur ein ganz kleines Schrittchen auf die andere Seite zugegangen ist. Und so sind halt Diskussionen, gerade solche Diskussionen, die sind nicht schwarz-weiß, sondern es gibt wahnsinnig viele Zwischenschritte und das hat man heute, glaube ich, wunderbar gesehen. Wenn euch dieses Format so gut gefällt wie mir, dann könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Da oben gibt es ein weiteres Video, 13 Fragen und hier unten haben wir noch ein anderes Video zum Thema. In diesem Sinne, vielen Dank.